Was genau ist E-Learning? Und wo liegt der Unterschied zwischen Online-Seminar, Fernlehrgang und Blended Learning? Lieschen, wie immer, eine gute Frage. Und immer wieder fragen uns Kunden, ja, ihr macht doch Webinare. Nein, Lieschen, wir machen keine Webinare. Unsere Online-Seminare sind Fernlehrgänge, die du dir anschaust. Das sind quasi Filme, die wir abgedreht haben. Und du schaust sie dir über die Medien entsprechend an. Sprich, du kannst arbeiten oder lernen am PC, am Laptop. Du kannst lernen mit deinem Tablet oder mit deinem Handy. Wann und wo du willst, du entscheidest also selbst, wann du Lernpausen machst oder wann du lernst. Du bist nicht abhängig von vorgegebenen Zeiten. Unser Online-Seminar ist einfach anders.